Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. So sind die Geister nun mal. Hast du nichts anderes zu tun? Doch. Nun geh ich. Na endlich. Besser nicht meine Tastung schwenken. Du weißt auch nicht mehr, was du da machst. Du hast ein Geschicht. Du weißt auch nicht mehr, was du da machst. Du weißt auch nicht. Aber naja. Er hat ja nur gefragt, was ich hier mache. Und ich... Und ich mache damit sein Geister runter. Ich habe auch manchmal eine Tastung im Schrank. Echt? Ich mache die Alten nochmal an. Ich mache die Alten nicht mehr, was du da machst. Ich mache die Alten nicht mehr, was du da machst. Ich mache die Alten nicht mehr, was du da machst. Ich mache die Alten nicht mehr, was du da machst. Ich mache die Alten nicht mehr, was du da machst. Ich mache die Alten nicht mehr, was du da machst. Ich mache die Alten nicht mehr, was du da machst. Ich mache die Alten nicht mehr, was du da machst. Ich mache die Alten nicht mehr, was du da machst. Ich mache die Alten nicht mehr, was du da machst. Ja, also mein Pferd ist doch ganz gut. Hat sich auch richtig gut gebaut. Herrlich. Kann man nicht anders sagen. Na dann werde ich jetzt auch mal nach oben gehen. Mal gucken, was Mario betreibt. Na dann... Ich mache... eine Frau geschehen.